Heute hast du die Möglichkeit, mir deine Fragen zu stellen unter diesem Video, die ich in einem der nächsten Videos per Video nochmal ausführlich dann beantworten werde. Egal ob privat dein Leben, du möchtest etwas verändern oder zu meinem Leben. Je nachdem, egal was es ist, dieses Mal werde ich alle Fragen beantworten. Deswegen schreibt fleißig unten rein und ich freue mich sehr auf eure Video-Wünsche, auf eure Fragen, auf eure Gedanken. Schreibt es unten einfach rein und ja, das war es. Ganz großes Video heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hier habe ich noch etwas. Ich glaube, das war es. Mir fällt es sonst nicht.